Okay, meine Freunde, ihr wisst, was jetzt kommt. Heute brauchen wir ein zweites Model, denn heute wollen wir die Relaten miteinander. Wir wollen Assoziationen erschaffen und das machen wir auch hier drin. Wir bauen uns das jetzt hier mal ganz kurz als Class und wir hatten ja schon drüber gesprochen, wir wollen was mit Posts machen. ExtendModel. So, und dieses Model, beziehungsweise dieses Posts, diese Posts-Idee ist im Endeffekt, jeder User kann so viele Posts verfassen, wie er möchte. Aber ein Post hat natürlich einen Autor und dementsprechend, wenn der Auto sich löscht, ist der Auto weg. Wir haben also eine klassische One-to-Many-Relation und gerne, ja, ich weiß, ich habe die jetzt zeitnah hintereinander veröffentlicht, aber für die Leute, die das vielleicht nicht jetzt nach Release gucken, was man ja eigentlich gar nicht machen sollte, schaut euch hier nochmal meine Datenbank-Playlist an. Da wird das nochmal viel, viel detaillierter erklärt. So, also Post bekommt natürlich hier erstmal seine Attribute, die er irgendwie hat. Und wir haben hier, ähm, was haben wir denn? Title ist ein Data-Type.String und wir haben den Text, der ein Data-Type.Text ist. Ich glaube, das gefällt mir ganz gut soweit. So, ups. Und jetzt machen wir folgendes. Jetzt sagen wir hier, wir wollen SQLize wieder benutzen, selbstverständlich. Und wir wollen, ups, da landen, wir wollen das Model-Name selbstverständlich auch auf Post setzen. Cool. Ähm, damit haben wir eigentlich hier schon alles, was wir brauchen. Es ist natürlich noch kein Post in unserem Model drin, aber das lässt sich ja hier relativ leicht ändern, indem wir das hier einfach faken oder indem wir natürlich unser, ähm, unser SQLite, beziehungsweise unser MySQL einfach dazu auffordern, das für uns zu machen. Wir exportieren das noch ganz kurz. Post ist, äh, Post ist gleich Post. Und damit sind wir schon fertig. Jetzt müssen wir das hier oben noch importieren. Dann können wir auch schon drauf zugreifen. Jetzt, also normalerweise würdet ihr das in separate Klassen machen, denn dann könnt ihr hier das Ganze modularer betrachten und alles separat auch importieren. Wir können das aber jetzt hier auch mal, weil das ein sehr kleines Projekt ist, in eine Klasse packen, in diese Modern-DB-Connection eben. So, und ja, jetzt, äh, in eine Datei. Entschuldigung, nicht Klasse, Datei. So, und jetzt brauchen wir natürlich hier noch, ne, zum Beispiel irgendwelche Relationen. Und dazu mache ich jetzt hier unten erstmal was, bevor wir den Server zum Listen bringen. Wir sagen hier erstmal, SQLize soll bitte vorher mal ein paar Dinge tun. Es soll sich synken. Es soll sich synchronisieren. Und, ähm, das, wenn ihr drüber hauvert, gebt euch keine Informationen. Schade. Ähm, SQLize Sync macht im Endeffekt das, was wir hier drüben gemacht haben, was wir jetzt allerdings auskommentiert haben. Es prüft erstmal, ob die Datenbank vorhanden ist. Und falls ja, dann ist okay. Falls nein, muss die Datenbank natürlich aufgesetzt werden. Das macht quasi sozusagen den ganzen Setup-Prozess für euch. Das macht erstmal alles in Ordnung. So, und wenn wir das gemacht haben, dann wollen wir ein Punkt then ausführen. Und dann erst soll bitte irgendwas passieren. Ähm, und wir bekommen hier tatsächlich eine, eine Variable mit, nämlich Result. Oder auch Re, ja, wobei Re sollten wir nicht nehmen, stimmt schon. Result. Und die bilden wir ab auf eine Funktion. Und das ist die hier. So, und das wäre unsere then. Und dann haben wir natürlich noch eine weitere Sache, nämlich immer ein Catch. Falls irgendwas schief geht, müssen wir natürlich auch damit klarkommen. Hier bilden wir den Error ab auf Console.logError. Okay, ähm, ich mach das jetzt mal in hübsch. So kann man das machen. Und, ähm, dann haben wir das zumindest mal. Und jetzt machen wir eben dieses Synchronisieren. Das heißt, wir prüfen erstmal, wir setzen erstmal die ganzen Daten so weit auf. Die ganze Datenbank auf. Falls noch nicht geschehen. Und dann erst lassen wir den Server wirklich laufen. Das ist quasi das Erste, was jetzt hier passiert. So, ähm, und ja, jetzt müssen wir natürlich hier theoretisch auch danach weitermachen. Dementsprechend gehe ich jetzt hier auch in das Server.listen rein. Beziehungsweise bevor Server.listen passiert. Ihr würdet das ja natürlich, was wir normalerweise, oder was wir jetzt gerade hier machen, würdet ihr eigentlich alles in, ähm, in sowas hier reinpacken. Ja, in irgendwelche Requests, irgendwelche Routen oder sowas. Zum Beispiel mit Express am besten noch verbunden. Und dann erst würdet ihr das ja machen. Ähm, ihr würdet das ja normalerweise nicht hier in den rohen Code reinstecken, sag ich jetzt mal. Was wir allerdings in den rohen Code reinstecken, reinstecken, genau. Ähm, das ist die Verbindung zwischen User und Post. Ähm, Fun Fact, wir machen das jetzt hier natürlich nicht im normalen Raw Code in der App. Da hat das nicht viel drin zu suchen, sondern da, wo wir diese Objekte miteinander ja schon generiert haben. Das machen wir also hier drin. Und hier haben wir jetzt ganz einfach die Möglichkeit zu sagen, ey, äh, lieber Post, Du gehörst jetzt einem User. Du gehörst, oder Belongst, Belongst to, und man kann, wie ihr gerade gesehen habt, Belongst to Many, kann man auch machen. Belongst to, und dann sagen wir natürlich der Klasse User. Also, erstmal geben wir das dem Objekt oder dem Model mit. Ja, und wir sagen, Posts gehören zu Usern. Wir haben hier eine Relation One to Many. Und das ist erstmal alles. Wir sagen hier noch nicht, dieser spezielle User hat einen Post erstellt, sondern wir bauen uns erstmal diese Idee, dass ein Post zu einem User gehört, beziehungsweise mehrere Posts zu einem User gehören können, falls er mehrere geschrieben hat. Okay, und was jetzt also passiert ist, wir, naja, wir können das einstellen sozusagen. Zum Beispiel, was, was für Sachen sollen dabei gelten. Und das sind eben diese sogenannten Options. Und die mache ich hier mal auch rein. Wir haben hier einmal ganz wichtig, Constraints. Ähm, und die sind im Endeffekt, die setzen wir jetzt auf True. Ähm, Achtung, True. Denn technisch gesehen, was hier passiert mit Belongst to, es gibt hier mehrere, es gibt vier Varianten davon. Es gibt HasOne, es gibt HasMany und es gibt natürlich Belongst to und Belongst to Many. Ja, wir haben jetzt hier das Belongst to genommen. Das heißt, ein Post gehört zu mehreren Benutzern. Und im Endeffekt HasOne, ja, das erste, also, ich schreibe das mal hierher. HasOne, ähm, das macht euch einen Foreign Key im, äh, im Target und eben dann eine Assoziation in der, in der Quelle sozusagen, wenn ihr so wollt. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, User hasOnePost oder hasOne, äh, List of Favorites oder sowas, dann wäre das genau ein, ähm, ein Verweis auf eine Liste an Favorites. Während Belongst to, das ist ja im Endeffekt, ähm, ein Foreign Key, der da dazugehört, nur eben halt nicht bei User, also nicht bei Post, wo wir das geschrieben haben, sondern der gehört eigentlich in User rein. Das heißt, im User müssen wir mehrere Posts haben und dementsprechend müssen wir in Posts eintragen, ja gut, wir haben hier den User, der dazugehört. Im Endeffekt muss man das Ganze umdenken. Wir sagen nicht, User, ähm, hat quasi ein, eine Liste, ja, wenn ihr so wollt, also User.allPosts, wenn ihr so wollt. Und das ist dann hier von 0, von 1 und so weiter wie ein Array. Das ist nicht das, was wir haben, sondern wir sagen im Endeffekt, ja gut, Post hat einfach diese, ähm, dieses User-ID. Und mit dieser User-ID verweisen wir im Endeffekt da drauf. Und wenn wir jetzt diese All-Posts hier bauen wollen würden, dann müssten wir halt einfach alle Posts auslesen mit der User-ID von unserem User. So ist das gedacht. Das heißt, man denkt das Ganze sozusagen gerade in die andere Richtung, okay? Sodass man das eben, ähm, wiederherstellen kann. Und has many belongs to many, das ist natürlich, äh, quasi das genaue, genaue analoge Stück dazu. Okay, ähm, die Constraints of True zu setzen, äh, bedeutet im Endeffekt nichts anderes, als wir brauchen das unbedingt. Wir müssen auf jeden Fall so einen User haben, der eben diesen Post erstellt. Ja, das ist der Autor, ja, der geht nicht weg. Der muss halt da sein. So, ähm, was aber als nächstes kommt, ist noch viel interessanter. Wir haben ja hier noch mehr, ja. Wir können hier sagen, on, also as erstmal, foreign key, foreign key constraint, hooks. Und hier haben wir zwei, die sind ziemlich spannend. Nämlich on delete und on update. Das heißt, wenn ich jetzt hier also meinen Post lösche, oder wenn ich ihn update, ähm, was soll dann passieren, beziehungsweise was soll passieren, wenn ich den User delete oder update, was soll dann mit meinem Post passieren? Und hier sage ich jetzt ganz einfach, cascade, cascade. Ähm, was bedeutet, wenn der User gelöscht wird, dann lösche auch den Post. Das macht ja irgendwie Sinn, ne? Ähm, kann man aber sich so entscheiden, wie man möchte. Das ist im Endeffekt eine Designentscheidung. Und das hat jetzt im Endeffekt schon zur Folge, dass die beiden miteinander verknüpft sind. Jetzt verknüpfen wir noch die andere Richtung, ja. Wir müssen ja, also, es ist cool, wenn wir in einem Post sagen, dass er auf jeden Fall im User gehört. Andere Richtung ist auch cool, denn dann können wir sagen, hey, wir können einfach direkt sozusagen diesen Post auswerten. Also eben diese user.allposts. Und dann haben wir hier eine Liste mit halt sehr, sehr, oder ein Array mit sehr, sehr vielen Post-Einträgen. Und das ist schon ziemlich praktisch. Dementsprechend sagen wir hier user.hasmany. Das ist quasi das analoge Gegenstück dazu, wie wir gesehen haben. Also, ich meine, ich kann eine 1 zu 1 Relation haben. Dann brauche ich bei beiden ein belongs to oder has one. Ähm, und analog hier brauche ich eben many Posts, die in meinem User drin sind. Und deswegen sage ich jetzt hier, ja gut, hier bitte einmal die Posts eintragen. Cool. So, das heißt, ich habe die jetzt miteinander verknüpft. Und jetzt noch eine kurze Sache. Dadurch, dass wir ja hier vorne eben dieses Sync drin hatten. Ah, das haben wir hier eigentlich auch drin. Das müssen wir eh noch machen, weil wir noch Daten eintragen müssen. Ne, sehe ich gerade. Okay, ähm, was wir hier auf jeden Fall brauchen, ist, wir brauchen die Daten wieder. Denn die möchte ich ja gerade löschen. Ähm, was wir allerdings auch bedenken müssen, ist, wir haben schon eine Tabelle mit User und, ähm, noch keine Tabelle mit den Posts allerdings. Das heißt, was wir hier jetzt erstmal bräuchten, weil wir ja die Tabellen wirklich neu erstellen müssen, das sind jetzt andere Tabellen, ja. Das sind wirklich andere Inhalte jetzt da drin. Was wir brauchen ist, ähm, wir müssen hier das Force erstmal auf True setzen. Das heißt, wir setzen hier, wir müssen alles neu erstellen. Im Endeffekt wird jetzt hier eben die Table automatisch für uns gedroppt. Das ist eine sehr gefährliche Option hier. Das heißt, macht die auf jeden Fall raus, wenn ihr nicht mehr am Debuggen seid. Ich bin jetzt nur geradezu faul, jedes Mal hier auf, ähm, Drop Table zu gehen und möchte das eben deswegen automatisch hier machen. So, ähm, jetzt packen wir uns hier zwei User rein. Einmal User U und einmal User U2. Ähm, und das ist einmal der Hans und einmal der Peter. Hans, ähm, Hans hatte Geburtstag 1900. Eins, zwei, das geht schon. Und Level eins. Und jetzt wollen wir noch ein Produkt bauen. Ähm, das machen wir nächstes Mal, denn das ist schon ein bisschen was anderes jetzt. Und ich starte das Ganze mal. Wir sehen hier übrigens, ähm, wenn wir hier dieses Sync auf True setzen, oder auf Force True, dann wird hier auch tatsächlich erstmal Drop Table if exists post. Drop Table bla 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 und so weiter und so fort. Und hier kriegen wir jetzt auch tatsächlich einen Fehler, ähm, weil wir hier mehrfach das Sync eingestellt haben. Das sollte ich vielleicht lassen. Machen wir hier einmal vorne dran. Das ist jetzt, wie gesagt, nur zum Tutorial. Das sollte ich reinmachen. Ab hier sollte ich es nicht mehr reinmachen. So. Okay, ähm, und jetzt machen wir das nochmal ganz kurz. So. Ja, jetzt haben wir natürlich hier nur diese beiden, ähm, User hier drin. Aber wenn wir hier auf Refresh gehen, sehen wir hier, die Tabelle Posts hat sich jetzt auch erstellt. Und wenn wir jetzt hier sagen, wir wollen hier von alles selecten, dann sehen wir hier, naja, da ist halt noch nichts drin. Ja, das ist okay soweit für uns. Ich mach hier oben mal kurz die dazu. Die haben sich da auch aufgemacht. Ähm, aber was wir hier auch sehen ist, hier in Posts haben wir eine Variable namens User ID, die wir da nicht reingeschrieben haben. Falls ihr euch erinnert, in Posts, ähm, Quatsch, falsche Pfeile, in Posts steht eigentlich nur drin, dass Title und Text, hm, da ist noch was dazu gekommen offensichtlich. Also, graded und updated kennen wir ja. ID kennen wir auch, das wird automatisch gemacht, aber die User ID ist im Endeffekt das, was ihr später für die Joins braucht. Das, was ihr im Endeffekt braucht, um zu sagen, hey, wir haben hier sehr, sehr viele Posts, pack die mal alle in diese, in dieses Ergebnis rein für den User, den wir hier gerade gemacht haben. Zum Beispiel. Ähm, also der User hat zum Beispiel Mira Posts geschrieben, lad die doch mal alle. Sowas zum Beispiel. Das wäre jetzt der Grund, warum ihr hier die User ID braucht. Gut, äh, wie wir jetzt einen Post bauen, das schauen wir uns nächstes Mal an. Das hat nämlich auch noch ein paar kleine Perks durch das ORM. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.